Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Die Welt von Morgen, in der wir über Zukunftsfragen diskutieren, der Politik und Gesellschaft. Und in unserer ersten Episode hatten wir den Philosophen Richard David Precht zu Gast. Wenn Sie diese Episode verpasst haben, dann können Sie es gerne nachholen und auf unserem YouTube-Kanal Sie anschauen. Wir sind heute in Berlin und ich habe heute wieder zwei sehr spannende Gäste bei mir. Zu meiner Rechten sitzt Sarah Wagenknecht. Seit 2009 ist sie Abgeordnete des Deutschen Bundestages für Die Linke. In dieser Zeit war sie stellvertretende Parteichefin und Fraktionsvorsitzende. Sarah Wagenknecht gehört heute zu den prägendsten Figuren der deutschen Politik. Im letzten Jahr war sie laut INSA noch vor Angela Merkel die beliebteste Politikerin Deutschlands. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Sehr gerne. Zu meiner Rechten haben wir Jürgen Todenhöfer. Er war Richter, Bundestagsabgeordneter und Medienmanager und ein halbes Jahrhundert lang reisender Schriftsteller und Kriegsreporter. Jürgen Todenhöfer wurde Zeuge von mehr als zehn Kriegen und berichtete darüber in acht Bestsellern. Er gehört zu den einflussreichsten Politikerklärern der Nation. Im Alter von 80 Jahren ist er nach 50 Jahren aus der CDU ausgetreten und hat eine junge, rasant wachsende neue Partei gegründet. Herzlich willkommen. Frau Wagenknecht, was haben Sie gedacht, als Sie in der Zeitung gelesen haben, dass Jürgen Todenhöfer im Alter von 80 nach 50 Jahren aus der CDU ausgetreten ist und eine neue Partei gegründet hat? Ich habe erst mal gedacht Respekt. Also vor allem auch natürlich für den Zeitpunkt, weil es ist ja gegenwärtig einfach unglaublich schwer, irgendwie politisch zu wirken, politisch zu arbeiten, sich auch zu irgendeinem anderen Thema zu äußern außer Corona, weil alle Medien, alles auf ein Thema fokussiert ist, die Menschen auch wirklich nur noch damit befasst werden, dass sie Angst vor dieser Pandemie haben und viele andere Probleme, auch sogar bis hin zu lebensbedrohlichen Problemen, auch andere Dinge, die also unser Leben beeinträchtigen, natürlich sehr, sehr leicht. Dabei außen vor bleiben und es ganz schwer ist, das irgendwie in die Öffentlichkeit zu bekommen. Wie kann es sein, dass so jemand wie Sie, der in seiner Zeit als CDU-Bundestagsabgeordneter die Linken als, ich würde sagen, bitteren Feinde hatte, heute so freundschaftlich mit einer linken Politikerin zusammensitzen kann? Ja, das ist ja auch eine besondere Politikerin. Und dabei möchte ich es mal belassen. Frau Wagenknecht, welchen Tipp hätten Sie für Herrn Todtenhöfer für die Schaffung einer neuen politischen Bewegung? Oh Gott, ich glaube nicht. Ich glaube, Herr Todtenhöfer kennt sich da, also hat er ja viel längere Erfahrungen auch im politischen Leben. Also ich glaube, wichtig ist eben bei Bewegungen, auch bei Parteien, es muss ein konsistentes Programm geben, wo die Leute wirklich wissen, da will es hin. Und das darf nicht zerfasern oder auch nicht zerredet werden, auch nicht kaputt gemacht werden, weil immer natürlich man doch ein sehr großes Spektrum wahrscheinlich auch einsammelt. Und was für jede Partei, für jede Bewegung tödlich ist, wenn irgendwann in diesen Bewegungen oder Parteien zu viel Rivalität und Kämpfe ausbrechen und viele dann aus Erwägungen, die gar nichts mehr mit dem Anliegen eigentlich dieser Partei zu tun haben, sich irgendwie fallen stellen. Das ist in der Politik überall so und fast allen Parteien, dass Rivalität, Neid, Missgunst oft größere Rolle spielt, als irgendwie, dass man am gemeinsamen Schrank zieht. Und das ist eben ein Problem, das Politik nicht produktiver macht. Und ich wünsche ihm wirklich vom Herzen, dass das in der Bewegung oder auch in der Partei ja nicht so um sich greift. Das Medienecho auf die Parteigründung war recht groß. Aber schon zurückhaltend, nüchtern bis negativ auch teilweise. Parteigründungen scheinen ja in Deutschland etwas verpönt zu sein. Warum braucht Deutschland gerade jetzt Ihrer Meinung nach eine neue Partei? Ich glaube, Deutschland braucht eine neue Partei, weil die CDU, die große Verdienste nach dem Krieg hatte, Wiederaufbau, Wirtschaftskonzeption, erstarrt ist. Ideenlos, weil die SPD ein Schatten ihrer selbst ist. Also ich habe die große SPD erlebt unter Willy Brandt, unter Helmut Schmidt. Das war eine große Partei, kaum zu schlagen. Ich glaube, dass die FDP sich überflüssig gemacht hat. Ich glaube, dass die Grünen eine Idee sind, aber mit sehr naiven, als Mann der Wirtschaft sage ich auch teilweise inkompetenten Vorschlägen. Ich sehe wenig Kompetenz in der deutschen Politik. Und ich finde, neue Parteien müssen neue Ideen einbringen. Und das werden wir auch versuchen zu tun. Und ich glaube, dass vor allem ein neues Denken in der Politik nötig ist. Das ist auch ein Grund, warum ich mich mit einer Linken, wie Frau Wagenknecht, wohlfühle, weil sie eigentlich dem Grundsatz entspricht, den wir fordern, Menschen anders so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Als Grundsatz der Politik. Da kommt man ja schon mal ein Stückchen weiter. Wir haben jetzt vielleicht nicht dieselbe Sozialphilosophie, aber auf den Satz, wir sollten alle Menschen und alle Kulturen so behandelt, wie wir selbst behandelt werden wollen, würden wir uns sofort verständigen. Und da kann man sich eben mit vielen in der CDU nicht mehr verständigen. Unter Helmut Kohl wäre ich aus der Partei geflogen, wenn ich mich für Krieg eingesetzt habe. Jetzt muss ich mich ständig rechtfertigen, weil ich irgendwelche Kriege kritisiere. Das ist doch abenteuerlich. Sie haben es derzeit nicht leicht in Zeiten von Corona und wir sind jetzt mitten in einem Lockdown. Und im September hatte Jens Spahn noch erklärt, dass der erste harte Lockdown laut heutigem Wissen falsch gewesen sei und dass er so nicht mehr wiederkommen würde. Jetzt drei Monate später sind wir wieder in einem sehr harten Lockdown, diesmal berechtigt. Naja, also ich meine, man muss ja einfach sagen, die Regierung sagt ja jede Woche was anderes und das ist ja für die Leute nicht überzeugend. Also im Frühjahr war ich auch der Meinung, damals oder habe das mitgetragen, weil das Virus war völlig neu. Man wusste nichts, man hatte das Gefühl, das ist eine ganz extrem gefährliche Situation und man hat erst mal das gemacht, was das Einfachste war. Man hat so gut wie alles sozusagen dicht gemacht, um zu verhindern, dass sich das ausbreitet. Das war im Frühjahr, finde ich, nachvollziehbar, weil es keine Studien, nichts gab. Aber inzwischen sind wir ein Dreivierteljahr weiter und dass die immer noch nicht in der Lage sind, also die vielen Daten, die es ja inzwischen auch gibt, auch bei den Gesundheitsämtern, die haben ja zum Beispiel das ganze Jahr über versucht, Infektionsketten nachzuverfolgen. Ja, warum gibt es dann keine Analysen, wo wirklich Infektionsherde sind, wo nicht? Sind Kinder ansteckend, sind sie nicht ansteckend, ab wann? Das wird alles überhaupt nicht analysiert, sondern da wird also wirklich dann jetzt, merken sie, also die Maßnahmen bisher haben nicht gewirkt, also setzt man nochmal den Brachial-Lockdown möglicherweise Anfang nächsten Jahres, vielleicht auch dieses Jahr noch. Und sie haben kein Konzept, sie haben kein langfristiges Konzept. Und ein bisschen hat man das Gefühl, bei einigen Politikern, ich will das nicht allen unterstellen, aber einige sind auch ein bisschen auf den Geschmack gekommen, dass man mit Angst Politik machen kann. Und dass Menschen natürlich, wenn sie große Angst haben, weil sie jeden Tag hören, es sind wieder 400, 500 Menschen gestorben, wobei eben gar nicht unterschieden wird, sind sie wirklich an Corona gestorben? Teilweise gibt es auch Studien, die das etwas differenzierter sehen, da hätten wir nicht solche Horrorzahlen. Aber manche Politiker merken, dass man natürlich mit solchen Botschaften auch Menschen so in einer Passivität hält, also weil sie einfach Angst haben. Angst macht immer illiberal und Angst macht auch etwas, ja man akzeptiert dann sehr viel, weil man das Gefühl hat, das ist ja alles alternativlos, um Leben zu retten. Das ist ja ein Totschlagargument. Also was alternativlos ist, um Leben zu retten, das muss man ja machen. Das muss ich erst mal überzeugen. Wird nur dann fragwürdig, wenn man vielleicht mit dem, was man macht, auch Leben gefährdet. Aber manche sind da sehr auf den Geschmack gekommen. Also Herr Söder zum Beispiel, der spielt geradezu jetzt auf der Klaviatur. Und das finde ich perfide, weil ich finde, das darf ein demokratischer Politiker nicht machen. Ja, ich sehe das genau so. Söder suhlt sich in der Angst und im Knecht-Rubrecht-Spielen. Ich glaube allerdings, dass man am Anfang schon mehr wissen konnte, weil wir die Botschaftsberichte aus den ostasiatischen Botschaften hatten, die ja auch von Covid-19 betroffen waren. Also zum Beispiel Korea, Taiwan, Mongolei, Vietnam. All das gab es und die haben von Januar an berichtet, regelmäßig. Das haben ja Außenminister bestätigt und haben gesagt, sie wundern sich, dass die Opposition da noch nicht draufgekommen ist, dass die Regierung regelmäßig detailliert informiert wurde über die Gefahren, über die Abwehrmaßnahmen. Und die haben halt sofort angefangen mit Hygiene, mit Abstand, mit Maske, auch mit App, auch mit Strenger, muss man sagen. Da wurde wirklich nachgeprüft, ob die Corona-Regeln, nicht die Corona- und die Quarantäne-Regeln eingehalten wurden. Und da konnte man sehr viel wissen und sehr viel erfahren. Und mich wundert, dass ein Mann wie Spahn dann trotzdem im Gesundheitsausschuss immer noch gesagt hat, obwohl er diese Information hatte, das ist eine Grippe. Und ich finde, die Regierung hat da einen dramatischen Fehler gemacht, über den viel zu wenig geredet wird. Und sie hat Karneval gefeiert, wo jeder weiß, also da wird richtig zugefasst und da geschieht viel und nirgendwo wird zu viel geküsst und geschmust. Sie hat Starkbeerfeste gefeiert in einer Zeit, wo regelmäßig Botschaftsberichte aus Ostasien kamen. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Und die ostasiatischen Länder feiern zurzeit wieder auf den Straßen. Und sie haben zum Teil keinen Lockdown gemacht, sie haben zum Teil ganz geringe wirtschaftliche Schwierigkeiten, weil der Export nicht lief. Also die Regierung, wir sind besser als die anderen westlichen Staaten, aber die ganzen westlichen Staaten sind schlechter als die ostasiatischen Staaten. Also toll war die Regierung nicht. Und wenn sie sich auf die Schulter klopft, dann finde ich zu Unrecht. Laut einer Recherche hat die Bundesregierung 78 Tage zu spät reagiert, nichts getan, obwohl diese Berichte reinkamen. Zu dem Thema Corona wurde im Netz viel diskutiert, welche Position Sie da vertreten nach Ihrer Parteigründung, die Kundgebung am 12. November. Und Sie haben damals argumentiert mit dem Grundrecht, auf politische Versammlungen, haben darauf gepocht und gesagt, dass Demokratie auch in Zeiten von Corona gilt. In Interviews haben Sie sich immer wieder als Corona-Realist bezeichnet. Was bedeutet das für Sie? Ja, ich sage, Corona existiert. Corona ist gefährlich. Ich sage auch, Deutschland schneidet in den westlichen Ländern gut ab. Und ich bin nicht Teil dieser Corona-Community, die sagt, das ist eine freie Erfindung und das ist eine Verschwörung, weil ich das für übertrieben finde. Ich finde allerdings auch, es als übertrieben an die pauschalen Angriffe des Verfassungsschutzes jetzt auf Querdenker. Ich finde, man darf die blödeste Idee haben und vertreten. Und das gehört zu einem freien Staat auch dazu. Und dass die jetzt auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollen, halte ich für absurd. Das Thema Corona spaltet diese Gesellschaft in Extreme und gefühlt traut sich die Mitte wieder mal nicht, ihre Position zu äußern oder die Mitte-Position wird nicht zugelassen. Und auf der einen Seite stehen die Covidioten und auf der anderen Seite die Schlafschafe. Und jeder, der auf die Straße geht, gilt als unverantwortungsvoll und als rechts. Wie stehen Sie zu dieser Spaltung gerade? Naja, sie wird eben von beiden Seiten betrieben. Und die ist ganz gefährlich, weil sie erstickt eine offene Diskussion. Also wenn man die Maßnahmen kritisiert, und ich finde, man muss vieles kritisieren, was falsch gemacht wurde. Wenn man dann sofort in die Ecke gestellt wird mit Leuten, die sich jetzt im Jahr 1933 wähnen oder glauben, das sei ein Ermächtigungsgesetz, was natürlich völlig absurd ist, dann kann man ja nicht mehr offen diskutieren. Und das ist das Kernproblem. Also ich bin sehr entschieden, nicht der Meinung, dass wir jetzt also in Deutschland einen neuen Faschismus erleben. Aber ich bin der Meinung, dass schon es jetzt einen Grad an Einschränkungen von Grundrechten gibt, der hochproblematisch ist und den man nicht durch Corona in dieser Form rechtfertigen kann. Und damit meine ich nicht nur jetzt Versammlungsfreiheit, weil beispielsweise, wenn Masken getragen werden, wenn die Abstände eingehalten werden, dann ist das Risiko ja überschaubar, sondern tatsächlich auch den Umgang mit anderen Meinungen. Also ob das bei YouTube ist, wo massenhaft Kanäle gelöscht werden, für die ich zwar vielfach inhaltlich keine Sympathie habe, das will ich damit nicht irgendwie gesagt haben, aber es ist eine reine Willkür. Ich meine, normalerweise müssen Gerichte sowas entscheiden, ob etwas jenseits der verfassungsmäßig zulässt, des Verfassungsrahmens ist oder so. Nee, das entscheidet dann so ein Unternehmen. Und auch jetzt bei den Querdenkern, also ich sehe schon bei den Organisatoren ziemlich problematische Affinitäten nach rechts. Also wenn es da Treffen mit Reichsbürgern gibt, muss ich sagen, das finde ich nicht nur unappetitlich, das finde ich dann auch sehr unschön. Aber ich sehe doch, und ich meine, ich habe mit Leuten gesprochen, die bei den Demonstrationen waren, da waren massenhaft ganz normale Leute, die haben nichts mit Reichsbürgern oder Rechten oder Nazis am Hut, sondern die wollten ihren Unmut und ihre Wut über die Art Politik, die jetzt in diesem Land gemacht wird, kundtun. Und das ist ihr gutes Recht. Und diese Leute jetzt in die rechte Ecke zu stellen und als Reichsbürgersympathisanten, das ist so absurd. Das ist einfach nicht legitim. Und natürlich erreicht man damit, dass demnächst sich Leute überlegen, ob sie sich überhaupt noch trauen, auf die Straße zu gehen. Herr Todtenhofer, Sie haben die Querdenkerbewegung als Ausdruck von Frustration und Wut auch bezeichnet. Auch. Ja, dass man der Regierung nichts mehr glaubt. Ja? Ja, ich habe ja mit vielen Botschaftern gesprochen und habe Botschaften besucht, ostasiatische, und mir das schildern lassen. Und ich habe ein letztes Gespräch vor einer Woche geführt und da sagte mir der Botschafter, wissen Sie, bei uns hat es funktioniert. Ich fragte ihn, was können wir besser machen? Bei uns hat es funktioniert, weil die Leute uns vertrauen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber heißt das, dass man uns nicht vertraut? Und dann sagt er, na ja, wenn Sie am Anfang sagen, Masken taugen überhaupt nichts und wenige Wochen danach Menschen bestrafen, weil sie keine Masken tragen, dann haben sie keine Glaubwürdigkeit. Und dann brauchen sie sich überhaupt nicht zu wundern, dass ihnen keiner folgt. Und das ist so. Das ist einfach die Wahrheit. Und wenn man dann auch noch weiß, dass sie gesagt haben, Masken taugen nichts, weil sie keine hatten. Ich meine, das ist ja schlimm. Und wenn man auch noch weiß, dass es Protokolle gibt, in denen vorgeschrieben war, dass man Masken vorzuhalten hat und ganz bestimmte Dinge vorzuhalten hat für solche Krisen, das ist ja alles nicht beachtet worden. Frau Wagenknecht, es gibt derzeit eine große Diskussion im Netz von Skeptikern, da ich mal der Corona-Politik, Sie sprechen über den Great Reset, also zu Deutsch der große Neustart. Und das geht zurück auf ein Buch von Klaus Schwab, der Begründer des Weltwirtschaftsforums. Und es heißt dort, dass wir vor einer Weggabelung stehen, jetzt nach dieser Krise. Entweder wir machen so wie vorher weiter oder wir gehen einen neuen Weg. Und jetzt sehen wir aber in dieser Situation, das haben Sie auch häufig kritisiert, dass die Mächtigen immer mächtiger werden, dass die Reichen immer mal reicher werden. Und unter allen Maßnahmen leiden die Menschen eben von den mittleren und niedrigen Einkommensschichten. Befürchten Sie auch so einen Great Reset, der in die falsche Richtung führt? Naja, die falsche Richtung ist ja schon da. Also dafür brauchen wir ja gar kein Reset. Also die falsche Richtung ist ja seit vielen Jahren da. Und die hat sich jetzt in Corona-Zeiten weiter verstärkt. Also Corona, wie Sie eben sagten, hat vor allem wieder die belastet, die vorher schon wenig hatten. Die, die sehr große Vermögen hatten, haben vielfach noch profitiert. Also es ist ja auch so, es ist ja kein Wunder, die Aktienmärkte sind fast wieder auf ihren Spitzenständen, die Dividenden sind ausgeschüttet worden. Also es war eigentlich genau das, was wir seit Jahren haben. Die Spaltung, die soziale Spaltung wird immer größer. Und klar ist es so, dass es sicherlich auch Leute gibt, die Gedankenspiele haben, dass man das nicht auf Dauer irgendwie im Rahmen liberaler, demokratischer Institutionen fortsetzen kann und glauben oder vielleicht auch davon ausgehen, dass es dann eben mal anders laufen muss. Aber der eigentliche Kern ist ja, dass wir irgendwann eine Politik mehrheitsfähig bekommen, also auch politisch mehrheitsfähig, in der Bevölkerung ist sie ja schon mehrheitsfähig, die eben diese grundlegenden Weichen anders stellt. Also das wird ja nach der Corona-Krise wieder die Frage sein, wer bezahlt die Rechnung? Also ich meine, vor der Wahl wollen sie alle nicht drüber reden, jetzt machen sie nochmal Schulden, um teilweise Maßnahmen zu finanzieren. Aber es ist doch völlig klar, nach der nächsten Bundestagswahl ist Schluss. Da werden die alle wieder ihre schwarze Null entdecken. Und natürlich werden sie dann sagen, irgendeiner muss jetzt zahlen. Das stimmt ja auch, irgendeiner muss ja zahlen. Die Frage ist ja nur wer. Und meine Befürchtung ist, es wird dann wieder um Mehrwertsteuerhöhungen gehen oder um Einkommenssteuerhöhungen. Das ist dann die Mittelschicht, die zahlt. Aber sie werden nicht das Rückgrat haben, beispielsweise über höhere Erbschafts- oder Vermögenssteuern mit entsprechenden Freibeträgen wirklich die Oberschicht anzutasten, weil die Oberschicht halt die meisten Lobbys hat. Das ist ja auch bei den Maßnahmen so. Also wer die stärkste Lobby hat, kriegt das meiste Geld und hat die wenigsten Einschränkungen. Das ist ganz eindeutig. Also in dem Sinne, ein Reset wäre ja durchaus wünschenswert. Aber das ist natürlich nicht das, was Herr Schwab meint. Das ist mir schon klar. Ich glaube, dass Frau Wagen recht recht hat. Aber meine Sorge ist vielmehr, dass es vorher zu einer Inflation kommen wird und zwar einer gigantischen Inflation. Und zwar deswegen, weil viele Bürger Geld, auch was sie vom Staat bekommen haben, gespart haben, gehortet haben, unter ihren Kopfkissen versteckt haben, im Keller versteckt haben, soweit sie es konnten. Und Deutschland hortet sehr viel Geld, also überdurchschnittlich viel Geld. Und bei der nächsten Konjunkturerholung, und es wird hoffentlich eine Konjunkturerholung geben, besteht die Gefahr, dass die Menschen wild einkaufen gehen. Und dann haben sie die Situation der Inflation, dann haben sie die Situation des Ersten Weltkrieges. Und es gibt Wissenschaftler, die müssen wir jetzt nicht beide lieben, die das sehr, sehr, sehr ernsthaft begründen und fest überzeugt sind, dass wir auf eine Inflation zusteuern, die auch damit zusammenhängt, dass andere Länder ja noch verschuldeter sind als wir, also Spanien, Italien zum Beispiel, Frankreich inzwischen auch. Und es kommen auf jeden Fall schwierige Zeiten auf uns zu. Und ich fand gestern interessant ein Interview des stellvertretenden Vorsitzenden des Bundes, des früheren stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesverfassungsgerichts, Kirchhoff, der gesagt hat, ein Großteil der Schulden, die gemacht worden sind, sind verfassungswidrig. Weil das Geld, das aufgenommen werden konnte, durfte aufgenommen werden für Corona. Aber es wurde aufgenommen, um irgendwelche anderen Programme durchzuführen. Es gibt Rücklagen im Programm, die nicht aufgelöst worden sind. Es ist alles verfassungswidrig. Und das Urteil dieses zwischen älteren Herren ist so vernichtend über diesen Verschuldungshaushalt, den Herr Scholz vorgelegt hat, dass man sich da auch Gedanken machen muss. Und ich weiß nicht, ob das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal reingrätscht. Aber die Lage ist schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr ernst. Also wir kriegen eine Inflation. Wir kriegen eine Inflation möglicherweise aufgrund eines verfassungsrechtlichen Haushaltes. Und es wird ja auch nicht die Wahrheit gesagt. Herr Scholz, der ja ein Ehrenwerter Mann ist, Sie haben keine Kanzlerkandidatik. Die Linke? Naja, wir stehen aktuell zwischen 7 und 8 Prozent. Ich glaube, das wäre ein bisschen lächerlich. Das ist auch nicht viel schlechter als die SPD. Ja, es ist ja auch da schon grenzwertig. Und Herr Scholz zum Beispiel auf die Frage, wie er denn einer seiner Milliardenprogramme finanzieren wollte, das war vor ein paar Monaten, sagte, ich habe noch Spielräume, ich habe noch Puffer. Wenn ein junger, ein junges Mädchen ihren Freund fragen würde, wir wollen uns ein Auto kaufen für 10.000 Euro und gebraucht natürlich, können wir uns das leisten? Und er hat 200.000 Schulden, was sie nicht weiß. Und er würde sagen, ich habe noch Spielräume, ich habe noch Puffer. Der ist doch ein Lügner. Der ist doch ein Lügner. Also, was ist Herr Scholz? Kanzlerkandidat. Man muss ein bisschen unterscheiden. Also, dass Sie jetzt in dieser Krise Schulden aufnehmen, da würde ich sagen, wenn Sie das nicht gemacht hätten, hätten Sie natürlich noch viel weniger auch wirtschaftlich abfedern können. Sie haben nur falsch, also Sie haben mit dem Geld das Falsche gemacht. Also, dass man zum Beispiel die dividendenstarke Unternehmen stützt, ist völlig absurd. Aber das reicht ja. Und dass Sie Programme durchgeführt haben, die mit Corona nichts zu tun haben. Dass Sie Rücklagen von 48 Milliarden nicht aufgelöst haben, die da sind, und dass Sie die jetzt durchziehen, damit Sie im Bundestagswahlkampf Geld haben, reicht auch. Ja, nur die Inflationsgefahr kommt ja woanders her. Die kommt ja von der langfristigen Entwicklung. Also, wir haben ja seit vielen Jahren ein Wachstum von Schulden und Vermögen, das weit oberhalb des realwirtschaftlichen Wachstums liegt. Also, dadurch haben wir eine immer größere Blase. Also, sagen wir mal, die Realwirtschaft in allen westlichen Ländern ist ja viel, viel weniger gewachsen als diese riesige Vermögensblase und diese riesige Schuldenblase. Das sind ja kommunizierende Röhren. Und das ist natürlich eine Situation, die irgendwann sich auflöst. Also, da gibt es verschiedene Lösungen. Entweder Inflation, die würde das auflösen, allerdings zulasten der Mittelschicht, weil die wirklich großen Vermögen sind Betriebsvermögen, die sind von der Inflation überhaupt nicht betroffen. Also, die Mittelschicht würde das bezahlen wie in der Weimarer Republik. Und die kleinen Leute. Und die kleinen, na, die ganz kleinen, die haben gar kein Geld, aber die mittelschicht. Die 30.000 sind dann auch weg, weil das Geld weg ist. Naja, also, sagen wir mal, die untere Hälfte hat keine 30.000, die hat überwiegend gar nichts. Aber, sagen wir mal, die mittlere, die untere Mitte, also Menschen, die sich mühsam ein kleines Sparpolster angelegt haben, die würden richtig bluten. Es kann aber auch anders sich entladen. Also, zurzeit haben wir ja sogar eher Deflation, weil natürlich viele Leute auch weniger Einkommen haben. Also, das ist ja gespalten. Also, teilweise sparen Menschen, das ist richtig, auch weil sie Angst haben von dem, was kommt. Also, sie halten Geld zurück, weil sie nicht wissen, was wird. Und andere haben aber auch weniger Geld. Also, es haben ja viele Menschen auch Einkommen verloren. Und bis jetzt ist es ja erstaunlicherweise so, obwohl es zurzeit Engpässe in der Versorgung gibt, ist ja so. Also, die haben ja durch diese Lieferketten jetzt in der Weihnachtsversorgung tatsächlich Probleme, bestimmte Dinge zu produzieren, also bereitzustellen, die die Leute kaufen wollen. Aktuell ist es trotzdem so, dass die Preise noch nicht steigen. Aber, ich sag mal, der Ausweg Deflation ist auch nicht so viel schöner, weil er heißt, irgendwann krachen die Banken zusammen. Was übrigens parallel geschehen kann. Was Sie auch wissen, ein Großteil der Banken ist pleite. Nur die Inflation würde die Banken retten. Die Inflation inflationiert ja die Schulden auch weg. Also, damit sind die irrelevant. Die Kredite, die ganzen faulen Kredite, die die Banken ja durchaus haben und die wachsen jetzt in der Krise, All das wäre sozusagen in einer Inflation weg. Bei einer Deflation würde es schwerer wiegen, weil das heißt ja dann, dass die Schulden relativ zu denen umsetzen und zum Wachstum noch gravierender werden. Also, in beide Richtungen ist eine Gefahr. Und beides zeigt, dass wir eine gravierende Fehlentwicklung haben seit Jahren. Und eine dramatische Situation. Wirklich dramatisch. Und um die meines Erachtens die Politik sich kaum kümmert. Und ich glaube nicht, dass Herr Scholz sich viele Gedanken macht über Inflation oder über Deflation oder über zusammenkrachende Banken. Jedenfalls habe ich diese Sorgfalt bei Wirecard oder sowas nie feststellen können. Das sind gar keine Themen. Ja, das haben Sie an die EZB delegiert. Also, die Europäische Zentralbank hat zurzeit eben die Aufgabe, das irgendwie dieses fragile Gebäude am Leben zu erhalten. Und das macht sie mit ihrem wahnsinnigen Gelddrucken. Sonst wäre es ja schon geplatzt. Also, wenn die EZB nicht ihre riesigen Anleihekaufprogramme immer weiter vergrößern würde, immer wieder auflegen würde, wäre das ja schon zusammengefallen, das ganze Kartenhaus. Und das Interessante ist, am meisten krachen wird es, wenn es eine solche Inflation gäbe, geben könnte in Deutschland, weil wir gläubiger Staat sind. Weil wir vor allem eine Mittelschicht haben, die viele Sparkonten hat. Ja, und gläubiger Staat, weil der größte Teil des Geldes der EZB aus Deutschland stammt und immer wieder in Deutschland landet. Und deswegen der gläubiger Staat, ich meine, der Schuldner gewinnt und der gläubiger verliert. Das hat aber auch mit unserer Exportorientierung zu tun. Also, wir exportieren ja viel mehr, als wir importieren. Und dadurch verschulden sich die anderen bei uns. Und wenn diese Schulden entwertet werden, ist das für uns ein schlechtes Spiel. Also, das ist... Frau Wagenknecht, Herr Totenhöfer hat das Krisenprogramm der Bundesregierung als eine Art Trick auch kommentiert, um sich Wählerstimmen zu kaufen. Sehen Sie das ähnlich? Naja, also, da muss ich mal ehrlich sagen, wenn Sie das wenigstens wollten, müssten Sie ja die normalen Leute endlich mal retten. Also, es war ja so, bis November gab es ja überhaupt nichts für Freiberufler. Und es gab keinerlei Hilfen zum Lebensunterhalt für Soloselbstständige und Kleineselbstständige. Nichts, gar nichts. Also, das ist wirklich skandalös. Und jetzt haben Sie erstmals im November wenigstens auch für diese Gruppen, also mit diesen Novemberhilfen, die aber noch lange nicht ausgezahlt sind, haben Sie jetzt zumindest ein Programm, dass Sie auch was bekommen. Aber man muss natürlich auch sagen, diese ganzen großen Programme, also zum Beispiel die 25 Milliarden, die jetzt im Herbst nochmal geplant wurden für die November- und Dezember-Unterstützung, die waren schon verplant im Frühjahr für die kleinen Unternehmen und die Selbstständigen. Davon ist nur so gut, wie nichts ausgezahlt worden ist und konnten sie es jetzt nochmal neu verplanen. Also, das ist wirklich eine völlige Schieflage, wer Geld bekommt und wer Geld bisher so gut wie gar nicht bekommen hat. Und deswegen muss ich sagen, also ich wäre ja fast froh, wenn Sie sich Wählerstimmen dadurch kaufen würden, dass Sie wenigstens viele kleine Gastwirte, Freiberufler, Leute, die in der Veranstaltungsbranche, in der Kultur arbeiten, wenn Sie die wenigstens vor dem Ruin bewahren würden. Bisher tun Sie das nicht. Und wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich doch eine ziemlich harsche Pleitewelle bekommen. Ja, natürlich, weil man sie bisher nicht anmelden musste. Das wird krachen, ja. Aber da ist die Wahl dann auch rum, oder? Nee, also die Regelung zum Insolvenzrecht läuft jetzt aus, zum 31. Dezember. Das heißt, diejenigen, die tatsächlich jetzt überschuldet und zahlungsunfähig sind, müssen ab Januar anmelden. Und es ist auch zum Beispiel völlig unklar, wir haben ja jetzt November-Dezember-Hilfen, Frau Merkel hat schon ziemlich deutlich gesagt, das geht so im nächsten Jahr nicht weiter. Also das heißt, es ist nicht klar, wenn wir den nächsten Lockdown im Januar haben, ob dann noch mal Geld fließt. Aber die Arbeitslosigkeit wird man nicht so spüren, weil das Kurzarbeitergeld weiter bezahlt wird. Das läuft weiter, bis nach der Wahl. Das haben Sie bewusst so gemacht. Und Sie werden auch versuchen, alle Probleme, soweit das irgend geht, nach den Wahlterminen zu schieben. Das stimmt. Da wird es ganz schlimm. Da wird es Erhöhungen der Sozialbeiträge geben, Kürzungen der Sozialleistungen geben, Steuererhöhungen geben. Es wird alles geben, was man sich wünschen kann. Es hängt aber ein bisschen auch vom Wahlergebnis ab. Also klar, wenn die Union ausgerechnet mit den Grünen regieren. Die Grünen sind inzwischen die Partei der Bestverdiener und leider ist da also wenig soziales Gewissen zu erwarten. Und die Union, ja gut, da ist eben wirklich auch damit zu rechnen, dass die dann wirklich ein Sozialabbauprogramm durchziehen. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber ich sehe die Koalition zwischen Grünen und CDU als ähnlich problematisch an. Die meine ich ja. Also Grün und CDU. Ich würde nur sagen, das soziale Gewissen der CDU ist schon noch da, aber bei den Grünen überhaupt nicht. Das ist wirklich die Partei der Reichen. Wenn Sie in München, wo ich wohne, sehen, da können Sie die Reichenviertel und da wird Grün gewählt und nur Grün. Und deswegen interessiert es die auch nicht, dass die Heizungskosten steigen und so. Das können die sich ja leisten. Das macht denen ja nichts aus. Naja, die können sich auch die E-Bagen leisten und deswegen ist das ja auch eine elitäre Debatte. Also so wie Sie Klimawandel diskutieren, ist es eigentlich eher etwas, was die Leute abschreckt, weil es immer nur darauf hinausläuft, dass die Dinge teurer werden und für die kleinen Leute vielfach dann unerschwinglich. Ja, und da gibt es ja ein Phänomen, mit dem ich mich zurzeit beschäftige. Wenn man berechnet, was grüner Wasserstoff, wenn man die Technologie umstellen würde auf grüner Wasserstoff und wenn der grüne Wasserstoff dann mit CO2 in Kombination gebracht wird und das CO2 aus der Luft entzieht und man Methanol, also einen anderen Kraftstoff damit erzeugt, dann ist das eine Technologie, die deutlich billiger ist als die Elektroenergie, die die Grünen propagieren. Deutlich günstiger. Und die verteidigt wird, weil sie subventioniert wird vom Staat. Und wenn sie nicht subventioniert würde, würde sie nicht verteidigt. Das heißt, es gibt Energien, es gibt Wege, das Klima zu retten, die billiger sind und die umweltfreundlicher sind. Und sie werden nicht gepusht von dieser Bundesregierung. Weil sie teilweise noch nicht ganz erforscht sind, wobei auch das natürlich eine Frage ist. Man kann ja da weitere Forschungsleistungen machen. Aber ich kritisiere das auch. Also man hat, der Kern, wenn man tatsächlich nachhaltig und umweltbewusst produzieren will, dann muss man die Produktion verändern. Dann muss man auch diese Verschleißproduktion abbauen. Also dass bewusst auch viele Dinge produziert werden, die ganz schnell kaputt gehen, damit man wieder produzieren kann. Und man muss das Energieproblem lösen. Und da sehe ich auch, also man rennt den jeweils herrschenden Boden hinterher. Wobei man auch wissen muss, wenn man die Autokonzerne, also auch die deutschen Autokonzerne, die ja eigentlich mit dem Verbrennungsmotor groß geworden sind, die wollen jetzt die Subventionierung von E-Mobilität, weil das für sie der billigste und einfachste Weg ist, diese Quoten zu erfüllen, die Brüssel ihnen auferlegt hat. Also sie müssen ja für die Gesamtflotte den Verbrauch reduzieren. Und das Einfachste für sie, weil die Brennstoffzelle ist, da haben sie keine Expertise bis jetzt, da haben sie auch nie sich irgendwie bemüht. Und deswegen wollen sie jetzt einfach, dass sie einen bestimmten Anteil E-Autos bauen und damit ist für sie das Problem erledigt. Das ist die dümmste Strategie, die man sich vorstellen kann. Ja klar. Aber das ist die Lobby, die dahinter steht. Ja, und da gibt es auch eine grüne Lobby. Und das habe ich gerade eben in der Vergangenheit kennengelernt. Und die grüne Lobby ist schamloser in der Klimapolitik als jede andere Lobby. Und das Entscheidende ist nochmal, die Elektrotechnologie ist nicht nur teurer, sondern sie ist schmutziger als die Wasserstofftechnologie. Wenn es eine grüne Wasserstofftechnologie ist. Und zwar auch deswegen, weil wir den Wahnsinn uns vorgenommen haben, Sonnenenergie in einem regnerischen Land zur Spitzentechnologie zu machen. Anstatt Sonnentechnologie zum Beispiel in den Wüstenstaaten zu holen. Also es ist von der Idee her Irrsinn. Und ich meine, wir werden uns ja noch ein paar Jahre sehen. Ich sage Ihnen voraus, es wird eine der größten Pleiten, dass eine ganze Industrie auf Elektrotechnologie abgestellt wurde. Das ist ein richtiger Denkfehler. Also wenn es E-Mobilität, wir sind ja nicht, die Umstellung auf E-Mobilität wird sowieso gar nicht möglich sein, die vollständige, weil die Rohstoffe gar nicht da sind. Also es gibt nicht so viel Lithium und es gibt nicht so viel Kobalt auf der ganzen Welt, um die Gesellschaft zu machen. Ja, man kann ja natürlich Kinder dann einsetzen im Kongo und die holen das dann raus. Das ist ja schon so. Ja, ich weiß es. Aber das reicht dann nicht, wenn man wirklich alle umstellen wollte. Frau Wagenknecht, vor zwei Jahren erschien ein vielbeachteter Artikel in den New York Times von einem Soziologie-Professor, Oliver Nachtwey, mit dem Titel Es spielt keine Rolle, wer Merkel ersetzt. Deutschland ist im Eimer. Hat zu vielen Reaktionen geführt, zu vielen harten Reaktionen. Und sein Fazit war, dass die steigende Ungleichheit zu einer Fragmentierung der Gesellschaft geführt hat und dass der Rechtspopulismus angefacht ist und dass dieses Land fundamental verändern wird. Und er sagt auch ständig in den Raum, dass so etwas wie ein neuer Hitler auf uns zukommen könnte durch diese gesamte Situation, sozialer Abstieg von großen Massen in der Gesellschaft. Wie sehen Sie das? Also das will ich jetzt noch nicht als feste Zukunftsbogenose annehmen, weil müsste man ja irgendwie jetzt schon anfangen, sein Leben umzustellen und sich irgendwo anders nach dem Wohnsitz umzusehen. Also so schlimm würde ich die Situation noch nicht einschätzen. Aber dass die Gefahr besteht, dass eine immer mehr auseinanderdriftende Gesellschaft, eine immer tiefer gespaltene Gesellschaft, dass sie irgendwann auch ihre liberalen Institutionen abbaut, und zwar radikal abbaut. Die Gefahr ist da. Und ich meine, wir hatten in Westeuropa Diktaturen, also bis Mitte der 70er Jahre. Also ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Also Spanien, Griechenland, Portugal, das ist ja so lange noch nicht her. Und das waren brutale Regime, die gefoltert haben, die gemordet haben. Also sowas ist nicht undenkbar. Und es gibt... Zu kleinen Demokratien gibt es das. Denken Sie an Amerika. Ja, aber es ist trotzdem... Brutalfoltern und so. Ja, sicher. Aber nicht in der Schamlosigkeit, würde ich sagen, wie in den Diktaturen. Da ist es doch noch im ganzen... In Afghanistan würden Taliban... Ja, ja, aber dann exterritorial. Also in Guantanamo und in Afghanistan. Aber in den USA selber würden Sie sich das dann doch nicht trauen. Deswegen machen Sie es ja exterritorial, damit Sie das nicht im eigenen Land, wo es dann doch noch ein paar Verfassungsgerichte und sowas, also zumindest Gerichte gibt, rechtfertigen müssen. Aber es ist tatsächlich, ja, es ist eine gefährliche Entwicklung. Und das zeigt aber noch mal, wie wichtig die Frage, die soziale Frage ist. Weil ich meine, auch Hitler wäre nie an die Macht gekommen, wenn die Weimarer Republik nicht ein solch mit der Weltwirtschaftskrise, vorher mit der Inflation, also solche Traumata und solche furchtbaren, auch sozialen Eruptionen erlebt hätte. Und die Leute auch am Ende, das war ja in Weimar auch so, jedes Vertrauen in die Politik verloren hatten und deswegen auch, ja, die Institutionen nicht verteidigt haben. Und die eine Inflationen erlebt hatten. Alles verloren haben. Herr Todtenhofer, auf der rechten Seite sieht man sehr oft, wenn der soziale Abstieg droht, dass dann die Tendenz zur Abschottung, zu Gier, Hass und Rassismus steigt. Also da wird gerne nach unten getreten, wenn der soziale Abstieg droht. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Sie diese Partei gegründet haben. Rassismus ist ein sehr wichtiger Punkt im Parteiprogramm auch. Was steckt hinter, Ihrer Meinung nach, dahinter, dass wir ein Wiedererstarken der Rechten haben? Ja, da ist, teilweise ist es Oppositionspolitik und nicht jeder, der die AfD wählt. Nicht jeder, der die AfD wählt, ist auch ein Rassist, aber die AfD ist eine rassistische Partei. Und eigentlich könnte man die AfD sogar verbieten. Wenn Sie im Strafgesetzbuch den Paragrafen Volksverhetzung lesen, das ist fast wörtlich das Parteiprogramm der AfD. Ich höre das für unklug. Also ich weiß, dass da finstere Gestalten unterwegs sind. Das ist eine andere Frage. Aber lesen Sie mal die Volksverhetzung und dann schauen Sie sich das Parteiprogramm der AfD an. Und bei der AfD, das sind verschiedene Gründe. Und wir hatten, das wird auch wieder gehen, die AfD wird auch wieder gehen. Wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, möglichst mehr Mitglieder zu kriegen als die AfD und zu zeigen, dass das möglich ist innerhalb kürzester Zeit. Aber ich will da auch mal was Optimistisches sagen. Wir hatten in den 60er Jahren die NPD und die hat gigantische Ergebnisse erzielt in Baden-Württemberg, über 10 Prozent. Und dann war sie weg, weil sie geächtet wurde, weil die Menschen kapiert haben, sie kriegen nichts hin und sie verachten Menschen. Und das hoffe ich immer noch. Und das ist einfach eine gemeinsame Aufgabe, die wir alle haben, die AfD zu ächten. Und allerdings auch die Gründe gelegentlich zu echten, die dazu führen, dass es eine AfD gibt. Ich hätte einen kurzen Abschlussfragen. Ich bitte um eine kurze Antwort. Wir haben über Armut und Reichtum auch gesprochen. Und ich würde Herrn Todtenhofer die erste Frage stellen. Sie waren arm und sie waren auch reich in ihrem Leben. Und bis sie den Großteil ihres Vermögens verschenkt haben. Wie würden Sie einem reichen Freund erklären, was Armut bedeutet? Ich würde versuchen, ihm nachdenklich zu machen, wie er sich fühlen würde, wenn er nicht wüsste, ob er seinen Kindern zum Abendessen etwas zum Essen geben bringen könnte. Frau Wagenknecht, Sie leben und arbeiten in eines der reichsten Länder der Welt. Sie sind nicht nur als Politikerin erfolgreich, sondern auch kommerziell. Wie fühlt sich das an? Na ja, natürlich ist man privilegiert. Also auch gegenüber den Ärmeren hier. Und ich finde, deswegen hat man auch irgendwie eine Bringschuld. Also für mich ist das schon so, dass ich als einzige Legitimation dafür, dass ich jetzt zum Beispiel mit dem Bundestagsmandat natürlich schon Privilegien in Anspruch nehme. Die einzige Legitimation ist, dass ich zumindest alles, was in meinen Kräften steht, versuche, um die Situation derer, denen es schlecht geht in diesem Land, zu verändern. Weil wenn man nicht in der Politik ist, kann man das ja auch schwer. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Und ich wünschte, ich hätte da bisher auch schon mehr tun können und mehr erreichen können, weil ich das wirklich ja für unerträglich finde. Ich kriege ja sehr oft Mails auch von Menschen, die mir schreiben. Und was man da für bittere Schicksale hört. Und es sind in der Konsequenz sozial bittere Schicksale. Also da spielen viele Dinge eine Rolle. Krankheit und alles. Aber dass die Leute so abstürzen, dass es ihnen so dreckig geht, dafür ist die Politik verantwortlich. Dafür sind Weichenstellungen in der Politik verantwortlich. Und die möchte ich ändern. Das ist das, was mich antreibt. Ich danke Ihnen beiden rechtzeitig für das spannende Gespräch. Liebe Zuschauer, teilt, liked und kommentiert dieses Video und abonniert unseren Kanal. Und ihr dürft auf jeden Fall die nächste Folge nicht verpassen. Danke vielmals. Macht's gut. Ciao. Dankeschön. Danke, ja. Gerne.